Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie wieder bei uns sind. Führung wäre ja dann ganz einfach, wenn alle permanent das machen würden, was sie tun sollen. Nur ich weiß nicht, ist es bei Ihnen als Führungskraft oder wenn Sie Führungskraft werden wollen, stellen Sie sich so Führung vor. Meine Beobachtung ist, und wir arbeiten seit über 30 Jahren mit Führungskräften in unserem Team, dass das nicht der Fall ist. Von daher lassen Sie uns heute mal darüber sprechen, was Sie tun können, wenn Sie Vorgaben machen, die nicht immer ganz genauso umgesetzt werden, wie Sie es brauchen. Viele Führungskräfte kommen dann in die Zwickmühle, dass sie sagen, mir fällt jetzt nur noch ein, dass ich eine Abmahnung ausstellen soll. Das ist nur selten auch der erstbeste Weg. Ich habe aber jetzt auch eine Führungskraft, die sagt, ach, dann schaue ich mir das alles genauer an, gehe dann mit in die Teams rein, guck mir das an, um dann irgendwie eine Idee zu kriegen, warum, wofür, ob die überhaupt effektiv arbeiten oder oder. Ich weiß nicht und ich habe dann auch die Führungskraft gefragt, ob sie denn überhaupt dafür die Zeit hat. Und dann sagt die Führungskraft so, ja jetzt, wo Sie so sagen, eigentlich nein. Ich glaube auch nicht, dass das auch die beste Lösung in dieser Situation gewesen wäre. Von daher lassen Sie uns nach dem Intro erfahren, was Sie tun können, wenn Vorgaben nicht so umgesetzt werden, wie Sie es haben wollen, was Sie anstelle tun können und dafür sehen wir uns direkt nach dem Intro. Und lassen Sie uns auch heute wieder direkt in eine Session einsteigen. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von einer Session, der wird Ihnen aber schon mal helfen. Und zwar, wenn wir uns die Strategie anschauen, wenn Vorgaben nicht umgesetzt werden, dann ist es wie in vielen Dingen im richtigen Leben so, die Vorbereitung ist das A und O. Und damit das, was Sie danach tun, Wirkung erzielen kann, ist es ganz wichtig, dass man erst mal innerlich die klare für sich Haltung hat, was man mit den Gesprächen und den Maßnahmen, die man dann macht, erreichen will. Und damit es genug Kraft hat, das ist wichtig, sich erst mal in der Vorbereitung klarzumachen, die innere Klarheit, wofür will ich das denn überhaupt haben. Also in diesem Fall war das so eine ganz klare, konkrete Vorgabe, wo sich die Führungskraft viel dabei gedacht hat. Und Führungskräfte werden auch dafür bezahlt, dass sie strategisch denken und eine Idee haben, eine Meinung haben, wie man von A nach B kommt. Und hier in diesem Fall war das so, dass die Führungskraft sagte, als ich dann gefragt habe, wofür wollen sie das denn alles eigentlich, wo sie sagt, ja stimmt, die Frage ist eine gute Frage, wofür eigentlich. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Führungskraft mir erzählt hat, wenn die Leute das umsetzen, hat es eine extreme Hebelwirkung auf den Erfolg. Es ging hier rum, dass diese Führungskraft Teamleiter geführt hat, wo sie sagte, wenn die das umsetzen, was hier die Vorgabe ist, dann wird es eine Strahlkraft auf alle Ergebnisse haben. Und auch wenn es ihnen vielleicht trivial vorkommt, ist das, was ich oft erlebe, dass die Klarheit gar nicht ist, wenn man dann loslegt, was soll denn überhaupt dabei rauskommen. Die zweite Frage ist mindestens genauso wichtig oder vielmehr die Klarheit zu haben, dass das, was man als Vorgabe hat und auch reflektiert hat, nicht verhandelbar ist. Weil auch das habe ich die Führungskraft gesagt, was ist denn, wenn die das nicht machen oder nicht nur wofür ist das denn, kann man sie dafür gewinnen, weil auch das kann in der heutigen Zeit durchaus sinnvoll sein, mit Teams in den Dialog zu gehen. Nicht immer ist das, was man sich ausgedacht hat, dann unbedingt zahlt so viel hier auf den Weg ein. Von daher ist auch die zweite Frage, inwieweit kann die Führungskraft überhaupt davon Abstand nehmen. Das hat natürlich sehr viel mit dieser Frage zu tun. Gleichzeitig erlebe ich da trotzdem in der Praxis noch mal einen Unterschied, inwieweit. Und das hilft einem eher selber für die Gespräche, wenn man innerlich klar ist und sagt, Und das ist jetzt ein Punkt, den will ich umgesetzt haben und das ist nicht verhandelbar. Wenn wir uns dann die Gespräche anschauen, sie erinnern sich so, als wir beim Intro darüber gesprochen hatten, diese Führungskraft wollte dann zu den Teams mitgehen und sich das alles anschauen und so kann man alles machen, unabhängig, auch wenn man die Zeit dafür hätte. Warum habe ich hier praktisch dagegen interminiert, dass man es sich dadurch als Führungskraft eher schwerer macht? Weil zu einem haben wir die zwei Fragen geklärt und wenn man dann mit in die Teams geht und sich das alles anschaut, macht man sich dahingehend schwerer, weil, auch wenn Sie vielleicht einen anderen Eindruck haben, aus meiner Sicht sind Menschen per se schon mal nicht faul. Es ist ja viel schwieriger, mal eine halbe Stunde gar nichts zu tun, als was zu tun. Das heißt, auch hier würde ich erst mal unterstellen, dass die Leute viel machen. Viel machen heißt aber noch nicht das Richtige machen, sodass ich ihm zu verstehen gegeben habe, wenn sie dann mitfahren, kriegen sie eher Erklärungen dafür, warum das, was sie sich ausgedacht haben oder was sie nicht verzichten können, eher nicht funktioniert. Und das führt zu vielen Diskussionen, vielen Arbeitsaufwand, ohne dass die Dinge umgesetzt wurden. Und ich würde das Pferd ganz von der anderen Seite aufziehen und sage, lassen Sie uns schauen, wie wir in die Gespräche gehen. Zunächst, und das kennen Sie, gerade diejenigen, die den Janssen-Kanal schon gut kennen, einige Videos von uns angeschaut haben, die wissen, dass wir Gespräche oft mit diesem Palim-Palim, das ist übersetzt, guter Draht, Rapport, dass es damit meistens losgeht. Und wenn Sie unseren Kanal jetzt noch gar nicht abonniert haben, dann drücken Sie unbedingt die Glocke. Dann werden Sie über jedes neue Video informiert und können damit als Führungskraft oder auch, wenn Sie es werden wollen, Führungskraft in Führung gehen. Das heißt, hier erst mal, in dem Fall hat es gepasst, ich kann verstehen, weil die Führungskraft konnte es auch verstehen. Die haben alle, ich habe noch gefragt, haben Sie das Gefühl, die Teamleiter oder die ganze Abteilung, dass die faul sind? Ja, nee, Frau Janssen, Gottes Willen, da sage ich, na, also, es ist wirklich, man kann es verstehen, vor lauter, lauter, und das heißt noch lange nicht, dass man dem in Zukunft auch zustimmt, dass es keine Veränderung notwendig ist. Dann kommt das, dieses nochmal Wofür, ich habe dann auch zu ihm gesagt, haben Sie das denn so schon geäußert? Ja, er denkt schon. Verstehe ich, glaube ich auch alles. Es ist eine große Frage, ob man was gesagt hat und was verstanden wurde. Von daher gibt es manche Themen, die kann man gar nicht genug gebetsmühlenartig immer wieder äußern. Deshalb war hier in diesem Gespräch bei dieser Führungskraft die Strategie, wofür unabdingbar. Also, man muss gar nicht den Satz sagen, es ist nicht verhandelbar. Das ist die Frage, ob das klug ist. Aber es ist unabdingbar, dass wir das und das, diese Vorgabe, tun. Der nächste Schritt ist entscheidend, weil Menschen aus meiner Welt weder bösartig noch faul sind. Sie haben nur oftmals gar kein Problembewusstsein. Also, ich bin mir nicht sicher, ob von diesen Teams, diese Teamleiter abends auf dem Sofa saßen und sagten, Mensch, die Vorgabe, die uns gestellt wurde, wir haben sie immer noch nicht umgesetzt. Glaube ich gar nicht, sondern das ist im Eifer des Gefechts vielleicht untergegangen. Und auch das ist menschlich, vielleicht auch irgendwas, was viel, in dem Fall war es sowas, eine Tätigkeit, die viel Energie abverlangt, die zwar eine hohe Hebelwirkung hat, aber wo man schon ein Stück weit viel Energie für einsetzen muss und auch eine gewisse Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, in dem Schritt wieder Problembewusstsein schaffen, dass die Menschen, denen klar ist, dass das jetzt, und das geht auch in diesem Punkt, die Erwartungshaltung ist. Und damit es anonym bleibt, habe ich Ihnen das auch verdeckt. Und im nächsten Schritt geht es darum, nachdem das klar über den Tresen geschoben wurde, für sich als Führungskraft, und das würde ich immer abhängig machen, mit wem ich es auch zu tun habe, ob ich zusammen, gemeinsam mit der Führungskraft, das wäre immer mein bevorzugtes Mittel, den Weg erarbeite oder erarbeiten lasse oder den Weg vorgebe. Das würde ich abhängig machen, wie erfahren jemand ist und wo ich als Führungskraft das Gefühl habe, das ist jemand, der schwimmt, der hat so keine Idee, wie er es angehen kann, oder es eher darum geht, ihn dabei zu unterstützen, dass er den eigenen Weg umsetzt. Das finde ich nochmal ein gutes Angebot, was von meiner Seite. Auch hier, das passt so ein Stück weit in die Richtung, die Haltung, die ich habe, dass Menschen selten faul sind, dass gerade in diesen Teams wurde extrem auch viel Engagement gezeigt, dass es hier legitim ist zu sagen, was von meiner Seite kann ich noch mit dazu beitragen als Führungskraft, oder, und das ist auch der Dauerbrenner, was an Tätigkeiten lassen wir denn zukünftig auch weg. Denn es ist so wie so ein Naturgesetz, dass man im Rahmen von Abteilungen auch immer wieder so ein Stück weit Tätigkeiten, ich nenne das so Speckansätze, die zu dem Zeitpunkt, wo wir sie ins Leben gerufen haben, total sinnvoll waren, die sich aber über die Zeit, über die Dauer einfach überlegt haben. Und da ist es einfach auch eine gemeinsame, sagen wir mal Prioritätenabgleich zu sagen, gerne, ich werde jetzt den Erwartungen gerecht werden, dafür können wir nicht das oder das verändern oder abspäten. Und dann, und das sind auch, wenn Sie schon bereits Janssen-Kenner sind, ganz zentral ein erstes Zwischenziel vereinbaren, dass man sich mal zusammensetzt und überlegt, was denn die Umsetzung auch für denjenigen, der sie umgesetzt hat, was die Vorteile waren, was gut geklappt hat und wo man vielleicht noch ein Stück weit nachsteuern sollte. Und wenn Sie jetzt sagen, aha, jetzt wird es aber hier noch weitergehen, dann ist das nicht für das heutige Video vorgesehen. Wenn Sie aber sagen, ich will jetzt, weil ich jetzt gerade so spannend fand, was dafür tun, wie ich auch möglicherweise in einem Kritikgespräch Kritik so äußere, wenn das noch nicht gefruchtet hat, dann habe ich Ihnen auch jetzt schon wieder Videos rechts neben eingeblendet. Da freue ich mich, wenn wir uns direkt sehen. Falls Sie aber noch nicht unser Erfolgsvideo gesehen haben, sollten Sie das sich unbedingt auch anschauen. Da werden Sie über das, was es hier im Kanal alles so gibt, auch gerade ist, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre Karriere kriegen. Und ich freue mich, wenn wir uns im Erfolgsvideo oder jetzt gleich in diesem rechts angeblendeten Video gleich wiedersehen. Bis dahin ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Janssen.